Und zurück bei den Bullet-Arsch-Geigen! Mein Gott! Wie soll das denn bitte schön gehen? Nein! 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 Es geht mir auf den Zeiger! Oh mein Gott! Das muss doch irgendwie so... genau! Und... nein! Och, das ist auch so eine miese Sache, wenn da von allen Seiten welche kommen! Zu früh! Jetzt! Zu spät! Und genau so will ich das haben! Da kommen nur von der Mitte welche! Okay! Oho, lecks! Und es leckt! Und es leckt noch mehr! Äh... kurzer Cut! Und wir kommen zurück! Und es leckt nicht mehr! Und ich bin tot! Ach, kommt! Ich weiß nur, dass ihr es wollt! Und... ach, wie viel kommt denn hier noch? Habe ich eben nicht die Blöcke aktiviert? Wieso habe ich nicht die Blöcke aktiviert? Oh mein Gott! Und... alles... nochmal... So was ist einfach nur nervtötend! Ach, jetzt mach dich doch bitte darunter! Tja... Mario! Dankeschön! Oh, die Stelle, die Stelle! Ach... Ach, wie soll das denn gehen? Ach, komm! Ach... Wie soll ich das timen? Wenn ihr so unzuverlässig seid! Aha! Und safe! Ich muss mich tausend mal angucken, wie die scheiß Kugel fliegt! So, es läuft doch! Ach, komm! Ach... Dann halt nicht! Ach, das war dumm! Kommt hier was? Oh, ja, da kommt was! Ach, Mann! Und die sind so mies platziert, die Viecher! Ich glaube, das war's dann jetzt aber! Ach... 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 So ein mieser Arsch... Keks! Wie soll das denn gehen, wenn da auch noch die Bullet-Bills kommen? Willst du mich verarschen? Oh, mein Gott! Das war Glück! Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, das war Glück! Ach, und das war dumm! Und durch, und durch, und durch! Und... Ach... Ach... Immer diese Noob-Fehler! Oh, oh, oh! Aha! Das war cool! Der kam genau in der richtigen Sekunde! Komm schon! Wo bleibt ihr denn jetzt? Ach, es ist so selbstverständlich! Ach, jetzt kommen sie schnell, oder was? Na, los! I'm awaiting you! Und... Durch, und durch, und durch, und hopp, und... Na, kommt! Ich weiß doch, dass ihr mich abknallen wollt! Das war ein schlechter Self-Step! Das war ein ganz schlechter... Oh, überlebt! Ich habe ihn nur erledigt, warum? Das war einer der schlimmsten Safe-Stats in der Geschichte der Safe-Stats! Ja, wie kriege ich das denn jetzt noch gebacken? So kriege ich das noch gebacken! Ah... Komm schon! Ach, ja, sichi! Ja, sichi! Ja, sichi! Ja, ich hab's kapiert! Ihr seid Cheater! Ja, Gott im Himmel! Na! Na, du bist so ein dreckiger Arsch! Wie soll das denn schon wieder gehen? So, na gut... Na, dann... Oh! Da geht's lang! Äh... Okay! Ich dachte, ich muss oben drüber! Oh, die kommen von beiden Seiten! Das ist cool! Das Timing ist mies von euch! Und, oh mein Gott, Entscheidungsfragen! Und, oh mein Gott, Entscheidungsfragen! Ich liebe sie! Okay! Und, oh mein Gott! Ein Leben! Na toll! Alle führen zum Ausgang! Das ist so... Das ist so... Klar! Ach, jetzt quetsch dich doch bitte in einen dieser Wege rein! Danke! Ich danke dir! Ich danke dir! So eine Dreck-Sau, ne? Das ist doch nicht zu fassen. Du bist eine wirkliche Dreck-Sau. Und durch! Oh mein Gott. Das passt nicht mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte schon, ich falle jetzt in den Tod. Oh, hast du mich dran gekriegt, muss ich sagen. Ähm, ja. Das war's für heute, Leute. Wir sehen uns. Bis dahin.